Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind auf dem Weg nach Willingen. Willingen. Ja, wir sind auf dem Weg nach Willingen. Das ist wahrscheinlich, was? Es ist wahrscheinlich einer der letzten Bikeparktrips dieses Jahr, weil die Saison neigt sich ja dem Ende zu. Und ja, warum sich der eine oder andere fragt, warum wir nicht in Greenhill oder so waren? Ja, weil irgendwie muss sich ja diese teure Gravity-Kart gelohnt haben. Deswegen fahren wir nach Willingen, weil Winterberg kann man am Wochenende ja nicht hin, bekannterweise. Und ja, wir machen uns da einen schönen Tag, einen schönen Wochenende. Und fahren ein bisschen Fahrrad, haben ein bisschen Spaß. Vielleicht kommt der Robert auch noch. Und ich glaube, der Andi hatte auch noch geschrieben, dass er überlegt herzukommen. Ich weiß gar nicht, ob ihr den Andi überhaupt kennt. Also Andi, falls du das hier siehst, schreibt mal in die Kommentare, damit die Leute dich kennen. Und ja, wir fahren jetzt weiter und dann melde ich mich später wieder. Wir nehmen euch heute mit. Ich mache nie Episodemelde Ich bin großer Eiwe, ich bin gespannt, Leida Aber unter springen bin ich meinen Geist? Also immer, ich bin repairs und schräge ins Begegnungen An welchem Weg denn? Also ich fahre jetzt gerade auch. Wir stehen hier hinten bei K1 und ich habe mich jetzt hier einfach lang parallel direkt zur Straße relativ dicht hinten an der Rampe, wo man auf dem Parkplatz runterfährt und stellt. Okay, ja dann sehe ich dich wahrscheinlich. Wir fahren jetzt gerade auch auf dem Parkplatz. Fahrt ihr gerade durch den Tunnel? Ja, ja jetzt gleich direkt. Also ich bin jetzt kurz vor dem Lift. Ja, alles klar. Okay, bis bald. So Leute, wir sind angekommen und auch schon umgezogen. Wir haben gerade eben noch, der Robert steht direkt da drüben. Und der Robert hatte einen kleinen Snack für uns gemacht. Also eine leckere Bratwurst haben wir noch bekommen. Und wir machen es jetzt fertig und werden dann ein bisschen den einen Jump, also der Lift jetzt schon zu, aber werden dann ein bisschen hoch schieben und dann immer einen Jump fahren, ein bisschen springen üben, ein bisschen Spaß haben. Einfach just for fun, damit uns auch ein bisschen warm wird, weil es ist schon verdammt kalt. Es ist arschkalt. Ich habe extra die dicke Jogginghose angezogen und ich bin schon am frieren. Ja und deswegen bleibt nur eine einzige Option und zwar einfach jetzt aufs Rad, weil dann wird uns auch ein bisschen warm. Komm, let's go up off the GoPro. Auf Treffen aus. Ach, jetzt sind wir gerade. Ich bin kein Problem. Du bist nicht. Du bist nicht am 20.500-30.000. Du bist nicht am 21.500-30.000. Es ist nicht am 21.500.000, oder? Ich bin kein 23.500-30.000 bis heute. Du bist nicht am 21.500-30.000. Ich bin ein lebend. Da hast du die Pedale verloren und dann... Das sieht geil aus. Ist das ein iPhone? Ja, das ist Robert. Ja, dann kann man ja hier AirDrop machen. Vor allem, wie du noch hier liegst. Richtig professionell. Geil. Mein einziger Gedanke war nur, solange sie möglich irgendwie auf dem Fahrrad bleiben. Oh Leute, genug von der abendlichen Session. Michi hat die Session beendet. Ja, beim Stunt. Beim Stunt. Wie nennt man das? Paddle Kick to Superman. Paddle Kick to Superman No Foot. Ja, genau. Miss Stomach on the Saddle. Belly... The Hard Way. Belly Saddle Punch. Move oder sowas. Ich habe leider aufgehört zu filmen, weil ich dann zu ihr gelaufen bin. Aber wir haben eine Aufnahme hochkant immerhin. Vielleicht habt ihr ein bisschen was sehen können. Ein bisschen wärmer könnte es schon noch sein, ne? Leute, ich hoffe ihr könnt mich gut hören. Die Standleitung läuft gerade auf volle Power. Das ist unsere neueste Errungenschaft für den Detlef. Es gibt natürlich von Detlefs einen Topper zu kaufen. Extra passend hierfür. Der kostet aber 300 Euro oder sowas. Und dann habe ich mir einfach gedacht, hey, wir bestellen uns einfach selber einen Topper und schneiden den zu. Und genau das haben wir gemacht. Und dann gab es bei XXL Lutz oder wie das heißt, einen Topper sogar im Angebot für 50 Euro. 140 Euro runtergesetzt. Und da habe ich dann natürlich zugeschlagen. Und jetzt haben wir uns einen Topper besorgt und den jetzt selber zugeschnitten. So, dass wenn wir drinnen pennen, hier das ausrollen können. Und hier fehlt dann halt so das Stück. So, zack. Jetzt hat die Michi ganz hochprofessionell mit der Schere geschnitten. Und ja, das ist jetzt unser neuestes Setup sozusagen. Haben wir eigentlich schon Bettbezug mitgenommen? Ja, ich habe Bettlaken mitgenommen in der Küste. Ja, wir tüfteln gerade so ein bisschen, weil hier drinnen haben wir ja noch nie gepennt. Wir waren ja immer nur praktisch oben auf dem Dach. Das Dach lassen wir aber heute komplett zu, weil da geht zu viel Wärme einfach verloren. Und das Gute ist, ja, da der Transit ein bisschen höher ist, kann man hier, also ich kann noch ganz entspannt hier sitzen. Da bin ich ziemlich happy rum. Ja, Leute, wir machen jetzt auf jeden Fall das Bett fertig und dann melde ich mich nochmal, wenn wir uns schlafen legen. So Leute, wir liegen jetzt im Bettchen und chillen noch kurz mal jetzt gleich hier Licht aus. Ja, wir schauen noch einen Film gemütlich und dann geht es gleich ins Land der Träume. Temperatur ist angenehm, draußen ist arschkalt, aber hier ist dank Standheizung alles gut. Und ja, ich würde sagen Leute, wir sehen uns morgen dann auf dem Fahrrad. Bis gleich. Leute, jetzt wird sich fertig gemacht fürs Fahrradfahren. Leggings, Zeit wieder am Start, weil ich habe einfach gestern Abend hier die Session mit langer Hose gefahren und ich kann mich da noch nicht dran gewöhnen, wieder mit langer Hose zu fahren. Deswegen mit kurzer Hose und Leggings. Und außerdem kann man dann die Knieschoner leichter an- und ausziehen. Ja, ich habe jetzt gerade auch ein bisschen gefrühstückt, was gefuttert und wir haben Kaffee getrunken, gechillt. Ich glaube, es wird nicht ganz so warm werden heute, sondern es wird relativ frisch. Aber egal, wir machen uns trotzdem noch einen schönen Bikeparktag und machen uns jetzt so langsam ready und dann geht es los auf die ersten Trails. Immer noch diese letzte Korrektur, die eh nichts bringt, weil es dann wieder schief wird. Ja, geh mal rein da. Egal, einfach fahren jetzt. Es ist zu kalt zum Warten. Leute, es ist so schweinekalt. Ich weiß, es wird richtig warm werden jetzt. Ich weiß, es wird richtig warm werden. Da stehen die Leute hier mit nach der Strecke. Das ist echt immer ein bisschen weh. Das ist echt immer ein bisschen weh. So, wir fahren jetzt auf dem Weg zur Downhill, die einmal ganz entspannt angucken. Ich bin die, glaube ich, dieses Jahr einmal nur gefahren. Und deswegen die mal richtig ganz auf Lock angucken. Und dann können wir nämlich auch von dort aus mit dem Gondellift hoch. Da ist es ein bisschen wärmer. Sieht doch ganz gut aus. Hier habe ich echt Schiss mit dem Wind. Das ist jetzt hier. Hier da vorbei. Ich weiß nicht, hier kann man eigentlich, glaube ich, reinspringen. Jetzt hier die Frage, welche Linie fährt man hier? Die unten? Eigentlich auch ganz nice. Ich glaube, das ist die, die beim Rennen war. Ja. Ja? Was war los? Bisschen verbrannt habe ich nicht gesehen. Boah, tausend Linien. Boah, zerbombt. Boah, ist ausgewaschen. Krass. Krass. So kann man ja gar nicht aufs Road Gap. Das ist echt wild. Ausgebombt, Leute. Boah, hier muss man aber krass die Linie halten. Das landet man da links oder rechts drinnen. Dann ist schon Feierabend. Wenn es geht. So ist das nicht. So ist es. So ist das ja gut. So wir fahren auch hier. Das erste Stück jetzt in der Kabel. In der Kabel. Das ist ja etwas in der Kabel. Das ist ja. Untertitelung des ZDF, 2020 So weit, geht weiter. Oben muss ich sagen, für mich ist das ganze Ding immer ein bisschen schwierig. Boah, ich finde das auch immer ein bisschen komisch. Wir sind aber schön frisch, oder? Jetzt kommt dieser riesen Kicker. Ich habe das Gefühl, er ist jedes Mal größer. Oh. Woop woop. Woop woop. Woop woop. Woop woop. 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 Zu weit. Hier die Wall Leute. Für mich geheuer. Woop. 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 baden mega und ja wir fahren ab nach hause der detlef ist auf jeden fall wintertauglich zwei grad der nacht kein problem und jetzt fahren wir an taktis für den winter perfekt tschüss leute abonnieren nicht vergessen wir sehen uns im nächsten video bis dahin macht's gut wir haben uns alle drogen